Ach, weil das Feuer war. Ah, ich verstehe. Feuer und Wasser, alles klar. Du kannst Feuer nicht mit einer Axt, sondern nur mit Wasser löschen. Ist das toll gemacht. Also der könnte ja echt, das ist ja echt schon preisverdächtig hier. Das ist nicht preisverdächtig, das ist ein preis. Wir sind hier durch. Und hier war aber nichts. Okay. Hier sind Dosen. Und hier komme ich aber auch nicht durch. Die Frage ist also, wo ist denn der Drache? Das ist ja toll gemacht. Das ist der Drache? Horche, der Held ist gekommen, um den letzten Schlüssel zu holen. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich bin der größte Held aller Zeiten. Wahrlich, niemand hat erreicht, was du erreicht hast. Dies ist ein historischer Tag für unser Königreich. Hier, nimm den letzten Schlüssel. Hier, nimm den letzten Schlüssel. Nachdem der Drache des Superhirns besiegt ist, kaltest du die Trüe aufschließen. Danke, Prinzessin Lightyear. Jede Zeit, Held, als Vanillopi mich bat, mitzuspielen, hatte ich keine Ahnung, dass wir so viel Spaß haben würden. Ja, ich halte es für meine Pflicht, als Space Ranger und als Spielzeug daran teilzunehmen. Aber jetzt ist es an der Zeit, aus diesem Kerker zu fliegen. Geh voraus, tapferer Held. Ich halte dir den Rücken frei. Ach, das ist die Heldin, oder was? Sage dem Superhirn, dass du seinen Plan vereidelt hast. Ja, das können wir ja machen. Komm, Wolli. Ich habe das jetzt mit dem Drachen, habe ich jetzt nicht verstanden. Das tut mir leid. Das waren noch Bonbons, Wahnsinn. Oh, Stitch. Mein Name? Hi, Superhirn. Ich habe den Drachen besiegt. Nein! Brrrrll! Rache! Eigentlich keine Geschichte mehr für Stitch. Geh nach draußen. Mein Name ist Stitch. Hallo, Nils. Stitch macht heute Hula-Tanz. Warum soll es beim Tanz gehen? Für Blumen. Ja, Familie von Stitch macht Blumen. Blumen sind gut für Hula. Blumen bedeuten Familie. Aloha. Okay, also das mit dem Drachen ging zu schnell. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich muss da einfach bewusster spielen. Das ist jetzt an mir vorbeigegangen mit dem Drachen. Schade. Weil ich habe ja die... Das Feuer habe ich gesehen, aber den Drachen habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Aber sehr, sehr schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wow. Ich bin begeistert. Das ist bisher... Ich muss sagen, nach dem... Nach den Quests von Buzz Lightyear. Und da hinten ist er. Und Sheriff Woody Bright ist das... Der zweitbeste... Der zweitbeste... Ähm... Quest, den ich je gespielt habe. Triff Wernilopini im Haus. Okay, mach mal. Hi ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. So, gehen wir mal da rüber. Hi. Hi Elsa, wie geht's dir? Hi Elsa, wie geht's dir? Hi Elsa, wie geht's dir? Okay. Also, schauen wir mal, was Vanillopy zu sagen hat. Da, die, die, die. Gib Vanillopy den Truhenschlüssel. Es sind ja drei Schlüssel. Da ist jetzt das Auto drin. Ah, es sind drei Stück, okay. Wie sie sich freut. Sei gegrüßt, oh Freund. Sei gegrüßt, oh Freundin. Der Held kehrt zurück. Siegreich und bedeckt. Mit stinkenden, schleimigen Drachenschleim. Gib mir die Schlüssel. Wir öffnen die Truhe gemeinsam. Drei, zwei, eins. Let's go. Abgeschlossen. Öffne die Truhe und sieh nach, was drin ist. Die Ehre des Königsreichs zu retten gehört dir, Held. Genau wie die Schätze darin. Na, wenn, dann gehören sie uns zusammen. Hallo. Sieh mal eine an, wenn das nicht mein guter Freund Nils ist. Was soll ich machen? Die Truhe ist entriegelt. Öffne sie endlich und hol dir deine Überraschung. Das Abenteuer ist fast geschafft. Wo ist denn die Truhe? Öffne sie in deinem Inventar. Okay, ich geh mal raus. Nicht, dass das einen Bug gibt. Na, dann schauen wir mal. Hehehe. Das wollte ich schon immer mal sagen. Okay. Oh mein Gott. Was könnte jetzt da drin sein? Oh mein Gott, wie schön. Oh mein Gott, danke schön. Oh Gott, danke schön. Oh Gott, das Feuer. So viele Erinnerungen. Danke schön. Oh mein Gott. Das ist ja toll. Wie kriege ich die jetzt her? Jetzt müssen wir mal gucken. Die sind ja so schön. Die sind ja so geil. Die sind ja so toll. Warte mal, die stellen wir mal. Wo stellen wir denn die hin? Jetzt ist es wieder so dunkel, na? Dass man wieder nichts sieht. Das ist ja so schön. Ich liebe so kindliches Zeug. Da bin ich total dabei. Oh, das Feuer ist ja so schön. Das gefällt mir. Das ist lustig. Das ist ja so gut. Vielen Dank.